Wenn du so ein schweres Handy in der Tasche hast, kann ich mehr Geld mitnehmen. Also insofern, die Handyhülle hat schon was übrig. Was machst du denn da? Willst du mich beichen? Ehrlich, du tust irgendwas. Bist du vielleicht doch geschrumpft? Nein, Robert, wir sind auf dem Boot. Oder bin ich so groß? Warum bin ich so groß? Guck mal hier. Hör auf! Hör auf! Oder kniest du? Stehst du schon oder kniest du noch? Ich knie und blase um Vergebung. Okay. Dann kannst du jetzt aufhören, weil die Stühle in die Stadt geht. Dann kannst du dich jetzt aufrichten.